Hallo Celine, wo sind wir denn? In der Eckernförder Wucht Was machen wir gerade? Wir segeln Immer noch? Ja Wohin denn? Nach Eckernförde Toll! Ja Hallo Olaf Hallo Marco, was sagst du dazu? Geilstes Segeln Sehr schön Wir sind also wie schon erwähnt in der Eckernförder Wucht Wir haben immer noch die Tüte oben Da ist sie Tüte leuchtet so schön Mit Frauen Da vorne oben ist Eckernförde, gar nicht mehr weit weg Da fahren wir jetzt wohl hin Wir sind heute Abend in Eckernförde, da ist bestimmt was los Da werden wir bestimmt was erleben Was sagst du? Heute Abend ist bestimmt was los in Eckernförde Da werden wir was erleben Kleine Blondine? Ja, das wollte ich auch sagen Kleine Blondine für Marco für die Koje, damit ihm nachts nicht so kalt ist Mal schauen, ob wir da was finden Da muss ich die Tür aber zumachen Macht nichts Klappert ja eh immer in der Küche Ja 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 Ja